Was geht ab, liebe Freunde? Kurze News, ja, es geht um diesen Mann, einen Aiwanger, Hubert Aiwanger aus Bayern von den Freien Wählern. Ja, und es kam bei ihm, es kam jetzt was raus, was, dass er angeblich ein Flugblatt verfasst haben soll. Ja, er hat das erstmal verneint, da geht es um Antisemitismusvorwürfe und ihr wisst ja, Ende Oktober, nee Quatsch, Anfang Oktober ist in Bayern Landtagswahl und ja, anscheinend startet da jetzt eine kleine Schmutzkampagne und es hat ihn hier getroffen. Ich zeige euch mal kurz, um was für ein Flugblatt es geht. Also es geht um ein Flugblatt aus dem Jahre 1988 von seiner Schule und da soll er ein Flugblatt mit verfasst haben, wo es um eine Art Bundeswettbewerb geht. Wer ist der größte Vaterlandsverräter? Und dann gibt es halt angebliche Preise zu gewinnen, ja, und der erste Preis ist ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz, ein lebenslanger Auferhalt im Massengrab, ja, kostenlose Genickschuss. Also schon ziemlich ekelhaftes Zeug, was da so drin steht. Das wird ihm vorgeworfen, dass er das mit, genau, verfasst haben soll. Und die Tagesschau schreibt hier am 26.08.2023, Ruf nach Aufklärung aus Bayern und Berlin. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, also ja, die Freien Wähler sind ja in Bayern, in einer Landesregierung mit Markus Söder zusammen mit der CSU, steht im Verdacht, als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben. Die Empörung darüber ist nicht nur im Freistaat groß, wo im Oktober gewählt wurde, auch aus Berlin gibt es Reaktionen. Gegen den Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger stehen Vorwürfe im Raum, die über die Grenze des Freistaats hinaus für empörte Reaktionen sorgen. Ein Bericht, genau, die Süddeutsche hat das zuerst rausgehört, der Süddeutschen zufolge besteht der Verdacht, dass Aiwanger als Elftklässler, also wie alt ist man da, 17, ja, 17 oder so, vielleicht auch schon, ja, vielleicht 16, ein antisemitisches Flugblatt verfasst hat. Der Vorfall soll sich am Burkhard-Gymnasium in Malersdorf-Pfaffenberg ereignet haben, in Bayern, wo am 8. Oktober Landtagswahl anstehen, drängt die Opposition auf eine Sondersitzung des Landtags und fordert Aiwangers Entlassung, sollten die Vorwürfe sich bestätigen. Also, wie gesagt, das sind Vorwürfe, irgendwoher kommt dieses Flugblatt, wurde jetzt rausgekramt, oh Wunder, oh Wunder, es kommt kurz vor der Landtagswahl, naja, und da ist jetzt die Frage, hat er wirklich daran mitgewirkt oder nicht, weil, ne, als erstes, also es gilt ja die Unschuldsvermutung für jeden, auch für ihn. Ministerpräsident Markus Söder, dessen CSU gemeinsam mit eiwagensfreien Wählern koaliert, ist, äh, und bislang erklärt hat, die Koalition auch fortsetzen zu wollen, sprach von schlimmen Vorwürfen, die vollständig ausgeräumt werden müssten. Genau, also, das ist ja, ne, Söder würde ja am liebsten alleine kandidieren, aber es reicht nicht mehr in Bayern, weil auch da das Parteiensystem breiter geworden ist und die freien Wähler über die letzten Jahre immer, ja, stärker geworden sind. Und die auch nicht nur in Bayern mittlerweile Wahlkampf machen. Klingbeil, SPD, Söder müsse handeln. SPD-Chef Lars Klingbeil forderte Söder zum Handeln auf. Was sitzen da eigentlich die Leute, für Leute in der bayerischen Landesregierung? Na ja, gut, ist aber so ein bisschen Vorverurteilung, okay, was soll er sagen? Fragte Klingbeil auf einem Landesparteitag der nordrhein-westfälischen SPD in Münster. Solche Leute gehören nicht in Verantwortung in diesem Land. Söder dürfe dazu nicht schweigen. Gut, hat er ja nicht. Er hat ja nicht dazu geschwiegen, sondern er hat ja eben oben gesagt, es müsse, die Vorwürfe müssen geklärt werden. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sagte, Bild am Sonntag, wir sollten die Vorwürfe zutreffen, sei Aiwanger als stellvertretender Mr. Präsident von Bayern oder für anderen Ämtern untragbar. Derartige menschenverachtende Äußerungen, ihr habt es ja gesehen, es sind schon ziemlich ekelhafte Sachen, die da draufstehen. Über die Opfer des Holocaust dürfen von niemanden, auch nicht Jugendlichen, geäußert werden. Dies müsse Konsequenz, dies müsse Konsens aller demokratischen Parteien sein. Ja, also grundsätzlich alles, was Menschen verachtend hat, egal woher das kommt, in welche Richtung das geht, das also geht absolut nicht. So, das ist und, ne, also falls jetzt jemand sagt so, ja, das ist ein Flugblatt, ist schon voll lange her und so. Also, es ist trotzdem, es ist und trotzdem ekelhaft, naja. Schwere Anschuldigungen, Prien, Karin Prien, genau. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien beschrieb Kurznachrichtendienst X von als Twitter, die Anschuldigungen gegen Aiwanger seien brisant und würden sechs Wochen vor der Landtagswahl verschwerfen. Aiwanger gelte die Unschuldsvermutung, hatten wir ja eben, genau. Es komme jetzt entscheidend darauf an, ob die Anschuldigungen den Tatsachen entsprechen und belegbar sind. Sollte Aiwanger an dem widerlichen antisemitischen Pamphlet beteiligt gewesen sein, dann ist er politisch nur noch zu retten, wenn er unverzüglich und überzeugend damalige Verhalten erklärt und heute ehrlich Einsicht und Reue zeigt. Bundesminister, Bundesinnenministerin Nancy Faeser schrieb auf X, wer die Opfer von Auschwitz verhündet, darf in unserem Land keine Verantwortung tragen. Flugblatt auf der Schultoilette. Die Schrift, aus der die SZ zitiert und die auch dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, tauchte im Schuljahr 1987, 1988 auf der Schultoilette auf. Verfasst wurde sie offenbar anlässlich des Schülerwettbewerbs Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten an dem Burkhardt-Gymnasium teilnahm. Das Flugblatt wurde aber nicht zum Wettbewerb eingereicht, sondern verspottete ihn. Okay, also sollte wohl so eine Art Protestaktion sein. Es ruft zur Teilnahme an einem angeblichen Bundeswettbewerb auf, wer ist der größte Vaterlandsverräter. Bewerber sollen sich im Konzentrationslager Dachau zu einem Vorstellungsgespräch melden, hieß es. Als erster Preis wurde ein Freiflug durch den Schornstein aus Schwitz ausgelobt. Weiter zu gewinnen sei, Zitat, ein lebenslänglicher Aufenthalt im Massengrab. Nach SZ, also Süddeutsche Zeitung Information, war Aiwanger damals in der 11. Klasse des Gymnasiums. Zwei Jahre später legte er dort sein Abitur auf Augenzeugen, die anonym bleiben wollten, berichteten der Zeitung, Aiwanger sei damals als Urheber des Pamphlets zur Verantwortung gezogen worden. Okay, also wenn er damals zur Verantwortung gezogen worden ist, dann müsste das ja noch jemand belegen können und vielleicht gibt es ja sogar auch noch Aufzeichnungen. Also bei so einem krassen Vorfall an Schulen könnte ich mir auch vorstellen, dass es dazu, also dass zumindest mal jemand irgendwo in der Notiz oder irgendwas darüber gemacht hat. Gut, es ist 30 Jahre her, ist die Frage, wie lange werden solche Sachen aufgehoben, aber bei so einer schwerwiegenden Anschuldigung ist ja nicht nur, ey, du hast irgendwen als Arschloch beleidigt oder sowas. Also es sind ja schon krass ekelhafte Sachen so. Könnte man meinen, dass es da auf jeden Fall Zeugen gibt, wenn er zur Verantwortung gezogen wurde. Sofern auch vielleicht gut. Könnte natürlich sein, dass die Leute auch nicht mehr leben, aber gut. Demnach traf sich deswegen der Disziplinarausschuss der Schule. Ah, okay, ja gut, dann müsste man ja nachgucken können, wer da drin war und wer davon noch am Leben ist. Aiwanger habe seine Urheberschaft nicht bestritten und sei bestraft worden. Okay, das muss ja nachvollziehbar sein. Aiwangers Umfeld spricht von Schmutzkampagne. Aiwanger hat sich selbst noch nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Der SZ ließ er über seinen Sprecher mitteilen, er habe so etwas nicht produziert. Er werde gegen die Schmutzkampagne im Falle einer Veröffentlichung juristische Schritte inklusive Schadensersatzförderung ergreifen. Okay, na, wie gesagt, das ist das Flugblatt, um das es geht. Ja, Hubert Aiwanger, Vizeministerpräsident in Bayern. Deutschland, da sind bald Landtagswahlen hier, habe ich es euch schon mal rausgesucht, 9. Oktober und die Freien Wähler stehen mit hinten 12 Prozent auch nicht so schlecht da, ein bisschen mehr als letztes Mal. Und ja, da geht es natürlich auch darum, also aus politischer Sicht, wenn es jetzt wirklich so eine Schmutzkampagne ist und jemand das ausgegraben hat, kommt es ja entweder aus so einer Richtung CDU, um die Freien Wähler wieder klein zu machen, weil die Freien Wähler haben immer im Becken der CDU gegrast oder aus Richtung FDP, wobei eigentlich so die FDP eher so vom Gefühl, solche Sachen nicht machen, würde ich mal so sagen, also würde ich die mal eher so einschätzen. Aber trotzdem vom politischen Spektrum her wird es natürlich hier reinpassen, dass die Leute, die dann vielleicht sagen, boah, wir können die Freien Wähler nicht mehr wählen aufgrund dieser Vorwürfe, dann sagen, okay, dann wählen wir FDP und die schaffen wieder den Einzug. Oder es kommt halt aus so einer AfD-Ecke, weil die natürlich auch im gleichen Wählerbecken fischen. Von den anderen ist das eher unwahrscheinlich, weil die wahrscheinlich vom Wählerspektrum her sehr wenig davon profitieren würden. Ja, und es ist natürlich, also ein Indiz kann man ja sicher sagen, es ist kurz vor der Landtagswahl und das kommt nicht umsonst zu so einem Zeitpunkt raus. Und mal sehen, was so passiert, wie er sich äußert, ob da irgendwas zu belegen ist. Wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung auch für ihn, bis da wirklich alles aufgeklärt wurde. Und was denkt ihr, was glaubt ihr, was das Ganze soll? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis bald. Ciao, ciao.